Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grim Fandango, in der wir hier bei diesem lustigen Gesell wieder angekommen sind. Ähm... Okay, ähm... So. Ah, tauschen. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle, Junge. Was soll's denn sein? Was? Ein Schiff. Kommen wir nicht schon wieder mit Schiffen? Warum kühlst du mich so? Du weißt doch, dass ich sie nicht mache. Ähm... Ein Drink. Ha! Wir schwimmen im größten Drink, den es gibt. Drinks sind leider mangelbar. Tut mir leid. Dass mein Freund Glottes liebt. Wieso? Was ist denn passiert? Er ist vom Rand der Welt gefallen. Oh, halt dich von dem Abgrund, Schirm. Der ist gefährlich. Was ist dir gesagt? Ich hab da schon ganze Schiffe verschwinden sehen. Ihre Maschinen liefen voller Kraft zurück. Sie versuchten, Anker zu werfen, aber die Strömung hat sie mitgerissen. Also halt dich besser von dort fern. Äh... Ja, was? Wie wär's mit einem netten Paar Seidenstülpfen? Ah, das ist ein begehrtes Produkt. Ich könnte dir vielleicht sowas besorgen, aber... Du könntest das gar nicht bezahlen. Verdammt. Ähm... Ein Küsschen. Ne. Das ist das einzige, was ich dir nicht geben kann. Eine Waffe. Oh, das kostet dich über einiges. Was hast du zu bieten? Äh... Was denn? What the fuck? Meinen Rolli... Oh ja, der ist hübsch. Herr Grünen? Nein, reine Schurwolle. Oh, zu dumm. Naturfasern sind unter Wasser so unbequem. Wem sagst du das? Wenn du was zum Tauschen gefunden hast, dann komm zum alten Tewichter. Ist absolut fair. Ja, komm dann halt unsere Sense. Moment, das können wir abkürzen. Was? Ähm... Wo war das jetzt? Wir möchten mit ihm tauschen. Ähm... Äh... Ja. Dieser Meißel sieht etwas übermotorisiert für dich aus. Übermotorisiert? Für Cepito ist nichts zustande. Wenn du meinst... Verdammt! Entspann dich. Bald verkrümmeln wir uns von hier. Wir? Wir werden nirgendwo zusammen hingehen. Ich arbeite solo, mein Freund. Und ich gehe allein. Tja, ich habe noch eine Menge Riff-Zerkrümeln vor mir. Daher... Verkrümel dich bitte. Verdammt! Wir müssen doch irgendwie diesen... Alles-Zerkrümler! Mein Gott! Was? Tja, verkrümel dich bitte. Shit! Legt euer Werkzeug nieder! Mann, hätte ich mir nur von... Hm, hm. Das hatten wir schon. Jo, Pito! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. Im Ernst? Also ehrlich, kleines Hämmerchen. Du bist okay. Hehehehe. Gehe zu Miss Lisa. Da komme ich nicht hin, ohne dass die Strömung mich über den Rand reißt. Was machen wir jetzt mit dem Alles-Zerkrümeler? Oh-oh. Was? Haben wir den jetzt noch? Das ist ein Alles-Zerkrümeler. Das ist ein Alles-Zerkrümeler. Ich glaube nicht, dass die Ellen hier braucht. Hm. Wir haben jetzt einen Alles-Zerkrümeler. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, wenn wir bestimmt irgendwas finden, was wir zerkrümeln können. War dann nicht an diesem Strand irgendwas? Oh-oh-oh. Na, 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 na. So. Das da hinten oder so. Einmal den Alles-Zerkrümeler auspacken. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Oh, ernsthaft. Mal gucken. Können wir da den Stein an? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Oh, dann zerkrümeln das hier. Wow. Und jetzt? Okay. Ähm, und jetzt? Okay. Ist jetzt hier drüben irgendwas? Nö. Was hat sich jetzt verändert? Okay. Okay. Was? Ah. Aber der ist jetzt einfach auf diesen... Was hat sich jetzt... Oh, jetzt? Oh, jetzt? Oh, jetzt? Warum kann ich hier nicht wieder raus? Können wir da jetzt rein? Was haben wir hier jetzt gemacht? Warum ist überhaupt die Kette nicht runtergegangen? Ah, cool. Was machen wir jetzt damit? Können wir jetzt vielleicht auch alles zerkrümeln? Die leiden bereits genug. Denen muss ich nicht alles zerkrümeln. Das will ich nicht alles zerkrümeln. Was kann ich damit machen? Ich kann kaum glauben, dass ich es getötet habe. Aber was kann man damit machen? Okay, also hier ist vermutlich erstmal nichts. Okay. Ich dachte, warum kann man da nicht einfach die Kette da runterlassen? Weil hier runterlaufen geht ja nicht. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Ich guck mal, ob das jetzt was bringt. Nee. Ich kann hier nicht raus. Es gibt keine Leiter. Oh, müssen wir jetzt echt immer diese Animation dabei sehen? Das ist ja schrecklich. Und... Oh Gott. Nein. Ich glaub dir ja. Ah. Okay. Und jetzt? Also ich bringe uns das hier irgendwas. Vielleicht. Ich hab ne Idee. Das geht ja nach oben gerade. Wenn wir das nach unten drehen. Das müsste dann noch eigentlich die Kette nach unten ziehen, oder? Ha. Heute haben wir aber auch hier einen Lauf. Was? Oh oh. So, jetzt müssen wir die Kette nur noch unten irgendwie befestigen. Dann haben wir es doch eigentlich schon geschafft. Ha. Glottis. Wir haben eine Kette. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich hab... Hm. Okay, also er hilft uns da nicht weiter. Ich dachte eigentlich, das hilft uns mehr. Ist die Kette jetzt da unten befestigt dran? Können wir jetzt eigentlich uns noch nach oben... Wenn wir es jetzt nochmal in die andere Richtung packen. Oder wenn wir jetzt den Bagger einfach verwenden. Weil eigentlich ist die Kette ja dran, oder? Und? Ja, ja, ja. Was? Wir müssen hier irgendwie diesen Anker da dran kriegen. Puh, gut. Aber wie wir das hinbekommen und ob wir das hinbekommen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also dann, ciao, ciao. Wie war's. claruster. Ja. Und das kann auch alignen. Und wir eigentlich weil *** es dann ist zu...